Na na zusammen, mich ist wieder Chiller und für euch in Dragonflight unterwegs. Uns freute ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement, das uns das normale Fliegen auf den Dracheninseln freischaltet. Und ihr seht schon, kein Drachenfliegen, ich kann ganz normal quasi hier rumflattern oder, naja, mit dem Elementar halt rumgleiten, je nachdem wie man es sehen möchte. Und ja, was müssen wir dafür machen, um das freizuschalten? Wir benötigen einen Erfolg, und zwar finden wir den einmal unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Pfadfinder der Dracheninseln. Für dieses müssen wir insgesamt acht andere Erfolge abschließen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, wie ihr denkt, denn die meisten werdet ihr wahrscheinlich schon abgeschlossen haben. Die ersten fünf Erfolge, die wir hier haben, eins, zwei, drei, vier, fünf, heißen immer so wie die Zonen. Und hier ist es so, dass ihr dementsprechend in den jeweiligen Zonen einfach die Kampagne abgeschlossen haben müsst. Heißt, ihr braucht einmal die Kampagne in der Küste des Erwachens, die Kampagne in der Ebene von Onara, die Kampagne in dem zu blauen Gebirge, in Talt Rassus, und noch in hier der Zaraleck-Höhle. Also diese vier Zonen braucht ihr einmal die Kampagne abgeschlossen. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gemacht, bevor Patch 10.2 live gegangen ist. Als weitere Voraussetzung braucht ihr dann neben dem, dass ihr dementsprechend die ganzen Kampagnen durchgespielt habt, auch noch ein bisschen Erkundungs-Stuff. Und zwar brauchen wir das Meta-Achievement vom Start der Expansion, dass wir einfach die ursprünglichen vier Gebiete erkunden müssen. Und dann brauchen wir zusätzlich noch zwei weitere Erfolge. Eins ist, dass wir die Zaraleck-Höhle erkundet haben. Und das Einzige, was dann neu dazu gekommen ist, erkündet den Smart Green Traum. Und dafür müssen wir einfach hier nur einmal komplett drüber flattern, über den Traum. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr fliegen. Ich vermute mal, dass es so ist wie bei mir auch. Ich hab alle fünf alten Zonen durchgequestet und natürlich auch erkundet. Hab mir dann fünf Minuten hier rüber geflogen und konnte fliegen. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Ich glaub mal, diesmal kann sich wirklich keiner beschweren, dass es zu viel Aufwand ist, das normale Fliegen freizuschalten. Vor allem mit dem Drachenfliegen hat man die Kampagne als auch das Erkunden relativ schnell abgeschlossen. Ja, das war's eigentlich soweit dafür. Gibt dann quasi zwei neue Achievements. Einmal das Erkunden hier und dann einmal noch den Pfadfinder. Und das schaltet, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, das Drachenfliegen oder das Fliegen auf den Dracheninseln-Fly. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Achievement-Guide bzw. mit dem Freischuldungs-Guide. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!